Hallo und herzlich willkommen zu Metro Last Light. Die Lautstärke ist mal wieder viel zu heftig, aber die Maus ist auch viel zu heftig, egal. Wir müssen weiter. Gut. Oh, scheiße. Was mache ich mit dem? Oh. Schön zu wissen, dass die die einfach hier... ...abmurksen. Das war... ...sehr wahrscheinlich... ...überhaupt nicht gut. Ich bekomme schon wieder Angstzustände. Und ihr wisst sehr wahrscheinlich, warum. Oh Mann, ich muss jetzt... Wo muss ich hin? Ich muss... ...komm... ...lauf doch da hoch. So. Vielleicht war das gar nicht so gut. Denn ich habe jetzt so gut wie... ...keine Munition mehr. Okay. Verdammt, wie komme ich denn hier weiter? Da müsste ich rüberkommen. Ja, super. Erstmal Medi-Kit benutzen. Mein letztes. Super. Nein. Okay. Ach, komm schon. Springt hier hoch. Ich muss da Speicherpumpen laden. Ist ihnen das Level zu schwierig... ...dann sollten sie den Schwierigkeits- ...menü auf Einfachste... ...nein, das ist mir eigentlich nicht zu schwer. Ich weiß nur nicht, wo es weitergeht. Das ist mein großes Problem. Aha. Da sollte es rumgehen. Okay. Ich weiß, wo es hingeht. Ich muss jetzt nur gucken. Okay. Nachladen. Auf jeden Fall nachladen. Ich möchte nicht überrascht werden. Auf gar keinen Fall. So. Hallo? Das Ding klemmt. Ach so. Shit. Zwei. Ah, man muss hier rechts oder links drücken. Stimmt, ja. Ja, so langsam kann ich mich auch wieder an das Spielkonzept erinnern. Was dahinter hing. Super, jetzt bin ich reingegangen. Aber ich... Ich muss eigentlich... ...da vorne lang. So. Da liegt noch Munition rum. Gerne aufheben. Kann man immer gut benutzen. Verdammt. Bin ich... ...doof? Oder... ...hab ich einfach nur... Ich muss da hinten entlang. So viel steht fest. Und ich müsste... ...müsste... ...darüber... ...auf die andere Seite. Das habe ich schon gemacht. Ja, natürlich. Hallo? Hallo? Jetzt komme ich natürlich hier... ...hier... ...nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt weiter? Boah, ich bin doch nicht komplett doof. Ich muss... ...da entlang. Konne ich die Tür öffnen? Nein. Konne ich sonst... ...nein... ...bitten... Achso, gut. Konne ich sonst... ...da hoch vielleicht? Oh mein Gott. Ja! Hier ist das. Ist vielleicht hier noch was drin? ...ne? Nein. Oh, jetzt war ich aber schon... ...lang genug draußen. Stopp! Das ist eine Falle. Hallo? Hallo? So. Ah. Das hier ist ne... ...ne Selbstschussanlage. Schön. Das ist voll. Gut. Äh... Filter sollte ich mal wechseln. Hallo? Ah. Ja. Das war das Level. Schön zu wissen. Was haben wir denn hier? Ist das... ...genau die gleiche Waffe? Scheinbar. Es gefällt mir gar nicht, dass ich so viele Patronen habe. Muss ich sagen. Ja, natürlich. Ist hier alles radioaktiv verseucht. So. Da laufe ich jetzt erstmal nicht hoch. Oder? Wo muss ich hin? Okay, da laufe ich hoch. Mal. Oh. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Okay. Wieso habe ich jetzt schon wieder rote... ...T? Schon wieder rotes Zeug. Und 15 Filter. Der 15 Filter geht ja noch. Bist nachgeladen. Ich hoffe. Das sieht aus, als könnte ich das irgendwie... Nein. Gut. Hier liegt auch nichts mehr. Also geht's weiter. Ach, ich möchte nicht mehr an die Oberfläche. Ich hasse die Oberfläche. Das sieht alles wieder nach so einem scheiß Endkampf aus. Nein. 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 Du hast mich zu Tode erschreckt. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Gut gemacht. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Oh, super. Oh, super. Das, das, das höre ich liebend gern. Das höre ich gerne. Oh, ich möchte wieder unter die Oberfläche. Auch wenn da die Viecher schlimmer sind. Aber ich hasse es unter... Zeit hochzustehen. Okay, nachgeladen habe ich. Ich würde mal Gasmaskenfilter wechseln. Hallo, wo bist du hingelaufen? Oh. Hallo? Scheiße. Kannst du sie hören? Nein, natürlich nicht. Lass uns ein Stück zurückfallen. Das ist gut. Vielen Dank.